Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu CevTech Ages Moded Minecraft mit mir, dem Heeshoe bei der Pummelrunde. So, seit dem letzten Mal ist viel passiert. Wie ihr sicherlich merkt, es läuft viel flüssiger. Ich habe 16 GB Speicher eingebaut und ganz toll, ich habe es nach mehreren Abstürzen hinbekommen, Optifine zu installieren. Falls es euch interessiert, Optifine, die neueste Version mit dieser 12.12-2 Version von Minecraft, funktioniert nicht mit CevTech Ages. Stürzt bei mir immer ab. Man muss die D-Version nehmen, D3 oder so heißt die. Ich poste das vielleicht aber noch mal unten in die Kommentare. Also hier in die Beschreibung. So, wir haben Nacht. You may not rest now, because there are monsters nearby. Ja, das fängt ja schon mal sehr gut an mit den Monstern, die nahe Spice sind. Hier, geh fort. Und so, kann ich jetzt pennen? Immer noch nicht. Ja, genau. Also, seit dem letzten Mal, wie gesagt, einiges passiert. Ich hatte eigentlich fast schon gedacht, ich müsste das Minecraft Let's Play sein lassen. Da, weil... Ich erkläre das gleich mal ganz kurz. Und zwar hatte ich das Problem, dass ich, äh, CevTech Ages überhaupt nicht mehr gestartet bekommen habe. So, ich schlafe mal eine Runde. Und zwar funktionierte es halt einfach gar nicht mehr. Es funktionierte nichts. Äh, immer wenn ich, äh, das Spiel angefangen habe, war direkt auch Ende im Gelände. Weil, wie ich dann später herausgefunden habe, ähm, ich wollte Optifine installieren. So. Das lief soweit auch ganz gut mit dem Optifine installieren. Hallo? Wo kommst du denn her? Das lief soweit eigentlich auch ganz gut mit dem Optifine installieren. Ähm, bis auf die Tatsache, dass ich danach das Spiel nicht mehr starten konnte. Und dann habe ich die Optifine wieder deinstalliert. Also, rausgenommen aus dem Verzeichnis. Und wieder reingeschoben. Also, wieder rausgenommen. Und nochmal. Und habe dabei allerdings noch ein anderes Mod mit reingeschoben. Man ist ja doof, ne? Und, äh, diese Doofheit, die sorgte dann dafür, dass es aufgrund... Dann habe ich es rausgeschoben. Also, Optifine. Aber das andere Mod vergessen. Und hatte aus irgendeinem Grund dann zweimal Optifine im Ordner. Fragt nicht warum. Also, ist auch vollkommen egal. So. Äh, bei der... Und dann, äh, funktionierte es gar nicht mehr. Und ich war kurz drauf und dran, äh, das Ganze sein zu lassen. So, wir brauchen, ähm, hier, äh, You make a great leader. Ähm, wir brauchen Lead to Herd Animals. Und, ähm, was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, äh, hier geht es Welcome to Age 1. Ähm, da kann man diese Sachen machen. Das ist doch toll, ne? Ha, ha, ha. Hätte ich auch irgendwie noch nicht, ähm, habe ich irgendwie nicht so richtig gewusst. So. Äh, craft a barrel extension and place it on top of a barrel to increase the amount of liquid it can hold. So. Ähm, ja. Machen wir doch mal. Ach, ne. Das sind Clay Barrels. Das sind keine Extensions. Hä? Hallo! Naja, gut. War ich gerade am erklären. Genau. Auf jeden Fall habe ich natürlich beim letzten Mal, habe ich irgendwie komplett übersehen, dass es hier sowas gibt. So, und deswegen, ähm, looking for a more efficient way to make leather or dough, craft the wooden bassin, fill it with a correct liquid and item sense steer. Ja, ich möchte viel einfacher Leder machen. Und das Ding nennt sich Wooden Bassin. Okay, Bassin, ne? Der, der, äh, Wooden, Wooden Bassin. Hier, wo haben wir es denn? Wooden Box? Wooden Gearbox? Da. Dafür brauchen wir einen Stick, äh, zwei Sticks und fünfmal Holz. Das sollte drin sein. Moment, haben wir hier noch Holz. Haben wir jetzt sogar rotes Zedernholz. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht dafür verbrauchen. Sticks haben wir auch noch ein paar. Wir gehen mal ganz kurz abholzen. So. Und, ähm, genau. Und dann wollten wir jetzt hier so ein bisschen Progress. Progress. Das ist aber progressiv, also fortschrittlich, ne? So. Und ich denke mal, es läuft jetzt viel flüssiger. Eine Sache, die ich ja immer bemängelt habe, war, dass es so ein bisschen geruckelt hat bei mir. Das tat mir auch sehr leid. Also auch im Nachhinein, wenn ich es mir so angeguckt habe, das Ruckeln sollte sich jetzt in Grenzen halten. Ist trotzdem ja immer noch ein relativ großes, ähm, Pack. Muss man halt so sagen. Und, wie viele Stöcke haben wir denn jetzt? Äh, O-Quote. Okay. So. Komm, komm, komm. Komm. Genau. So. Äh, erst mal. Moment. Wir müssen nachgucken. Wir brauchen Stripped. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall Locks. Geht das da? Ja. Das geht. So. Äh, dann schmeißen wir die Trompete da weg. So. Jetzt haben wir Simmering the Pot. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Äh, dann stellen wir den mal hier hin. So. Und, ähm, ich repariere mal hier ganz kurz meine Lederhose. Dann haben wir auch wieder einen Platz frei. Meine Güte, was haben wir hier denn alles? Kaupelt, Primal Things, Gedönsrad, Dirt, Dirt, so, Leder. So, wir haben genügend Leder, um sehr vieles damit machen zu können. Ähm, Crafting. Was machen wir denn damit? Einmal Wasser, ein unfamiliar item. Ja, ich bin hauptsächlich daran interessiert, wie wir Leder machen. Ach. Dann können wir uns das, dann, dann brauchen wir nur einmal Wasser, dreimal Raw Height und einmal Salz. Okay, das, das sparen wir echt. Okay, das sparen wir Unmengen. Unmengen sparen wir da. So. Aber wir haben ja jetzt erstmal, jetzt haben wir jetzt erstmal das Wasser. Gut. Wir haben auch Leder. Gut. Dann gucken wir mal jetzt. Lead. Lead, ne? Oder Led. Ja. Leder. Eigentlich ist es ja Lead, ne? Ach, weiß ich. So. Da brauchen wir String, String und Leather Cordage. Leather Cordage machen wir mit String und Leather Strips. Okay, Leather Strips haben wir. Wir haben auch Strings, aber leider ein zu wenig. So. Eins, zwei, drei. So. Leather Cordage. So. Und jetzt zweimal Strings. Puh. Ja. Moment. Da, 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 da. Wichtige Dinge. Bone Meal Unmengen. Strings. Ja. Noch einmal Strings. Das freut mich so sehr. Gut. Dann hätten wir das jetzt auch. Nein, das ist das falsche. Dann hätten wir dieses, äh, diesen Fortschritt auch abgeschlossen. Tada. We make a great leader. Ja, genau. Das wollte ich, ähm, so. Heute gibt es Progress ohne Ende. So, ähm, hier. Horsepower. Don't settle for anything less. Ein Settle. Ja. Das kriegen wir auch hin. Ich glaube, dafür habe ich jetzt auch genug. Settle. Ein Settle. Äh, dreimal Leather Cordage und dreimal Leather. Das haben wir natürlich nicht genug. Weil wir haben hier nur Leather Strips. Ah, das kriegen wir eins, zwei. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einmal Leder kleinschneiden. Das geht natürlich so nicht. Wo ist denn unser Messer? Was ist das? Das ist das? Das ist das Totem Whittling Knife. Hm. Äh. So, Tools, ne? Tools haben wir nichts drin. Das ist jetzt so. Ach nee, hier ist es doch. Blind Working Blade. So. Okay. Äh, das Problem ist, ähm, was heißt Problem? Wir brauchen String. Woher kommen eigentlich die hier die ganze Zeit? Warum habe ich so viele Schwerter? Hey. Komm her. Ja, komm her. Komm her. Und noch ein Schwerter. So. Okay. Also. Äh, wir können String, glaube ich, auch aus irgendwas anderem machen in diesem Pack. Und das versuchen wir gerade mal herauszufinden. Noch. Okay. Wir hätten Cotton. Wir hätten. Wenn wir drei Cotton haben und eine Flint Workplate, dann kriegen wir das auch. So, Fleece oder Bolt of String. Ja, okay. Hm. Okay. Äh. Ja, was soll denn das? Warum sind denn jetzt hier so viele Leder-Zombies? So. Okay. Die Leder-Zombies mal zur Seite gelassen? So. Ähm. Ich gehe mal ganz kurz hier an die mittlere Chest. Äh, nein. Äh, da, 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 da. Wichtige Dinge. Hm. Ach komm. Die Trompete tue ich da auch rein. Man weiß ja nicht, wofür es gut ist. Hier. Pricks haben wir auch da drin. Ähm. Tools. Da können wir jetzt nochmal das Messer reintun. Und, äh, dann kombinieren wir hier dieses Schwert mit dem Schwert. Dann ist das auch wieder ganz, ne? Ganz oder gar nicht. So. Okay. Also, wir haben genügend Leder, um den ganzen Schoße durchzuziehen. Wir. Uns fehlt aber noch String. String. Walalalala. Tools. Wichtige Dinge. Ah. Okay. Okay. Äh. String. Wie war das? Nein. 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 Ich brauche hier String. Brown Fleece. Okay. Cotton. The source of String and Wool. Okay. Haben wir gern Cotton? Wir haben einmal Cotton. Yeah. Ich, äh. Ich freue mich. Haben wir vielleicht Cotton Seeds? Moment. Äh. Da, 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 da. Cotton Seed. Ja. Super. Äh. Moment. Äh. Moment. In diesem Zeitalter können wir, ähm, können wir eine Ho bauen? Ho. Ja. Supi. Okay. Zwei Sticks und Steine. Okay. Das soll... Haben wir wahrscheinlich sogar. Nein. Äh. Ich bräuchte mal zwei Steine. Ja. Okay. Und, äh. Zwei Sticks haben wir hier. So. Und damit kriegen wir... Lalalalalalalala. Seeds. Da. Da sind die zwei Steine. Natürlich geht's nicht mit den Steinen, sondern man braucht Copplestone, ne? So. Jetzt aber. Eine Ho. Super. Okay. Ähm. Komm. Braucht man hier... Ja. Es trocknet aus. Es trocknet aus. Es trocknet... Natürlich trocknet es aus. Äh. Lalalalalala. Wo haben wir hier den? Den Beutel. Fluidbladder. Äh. Funktioniert das? Nein. Natürlich funktioniert das nicht. Können wir in diesem... Aids schon einen Eimer bauen? Ähm. Bucket? Ja. Wir können ein... Unfired Clay Bucket. Okay. Unfired Clay... Clay Bucket. Was? Early Game Alternators... To the Standard Iron Bucket. Okay. Unfired Clay Bucket. Auf dem Turntable. Okay. Turntable. 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 Give me more. Oh nein. Da brauchen wir mal wieder Copper Gear. Copper... Oh. Okay. Okay. Ich, äh... Ich sehe schon. Wir werden Spaß haben. So. Okay. Also. Was denn mal? Das ist... Sattel. Ah. Das wird schwierig erst mal. Craft the wheel of Astica to use in Horse Cards. Use the Astica... Okay. Horse Power. Craft a... Horse Power Grindstone. Attach a horse. Using a lead to automate. Okay. Ähm. Chop Chop. Hier. Diese automatischen Sachen. Die möchte ich auf jeden Fall... Bekommen. Dafür brauchen wir allerdings auch ein Horse. A horse is a horse. Of course. Of course. And when is a horse not a horse? Of course. So. Wir schlafen erst mal. Dann holen wir uns ein bisschen... Ähm... Dann holen wir uns Stein. Ähm... Dann holen wir uns Stein. Den Bläder können wir da erstmal dranhängen. So. Wir gehen hier in unseren Steinbruch. So. Und... Wir brauchen auch noch ein paar andere Fackeln, ne? Also zumindest wäre das, glaube ich, ganz gut, dass wir hier diese, diese Billow-Fackeln durch die normalen Minecraft-Fackeln ersetzen. Das geht ja jetzt. Das Licht von den Billow-Fackeln ist ja durchaus nicht unbedingt so... Super. Na? Ihr versteht, was ich meine. Genau. Und deswegen werden wir jetzt hier ganz einfach mal so ein bisschen... Beide Erfolge haben wir schon. So. 32 Stein. Was habe ich mit dem Stein vor? Mit dem Stein möchte ich eine Mauer bauen, um dann mir ein Pferd zu holen. Das ich aber erst holen kann, wenn wir einen Sattel haben. Okay. So. Ich brauche eine Mauer. Ich habe die Absicht, eine Mauer zu bauen. Äh... Nein, 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 nein. Ach. Brickwall. Wall? Wall, 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 wall. Cobblestone wall. Jo. Danke. Und... Blobs. So. 30. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie viel man dafür benötigt. Aber, äh... Ich denke mal... Ich denke mal, wenn wir hier so ein bisschen Platz machen und dann noch ein bisschen, ähm... Ja, auf jeden Fall ein bisschen Platz machen. So. Dann können wir hier das Hotte-Hü-Pferdchen dann hinstellen. Ah, wie viel braucht man denn hier so? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich würde mal sagen, sieben mal sieben sollte auf jeden Fall ausreichen, oder? Oder ich, äh... Weiß es nicht. Eins, zwei. Na, komm, weg damit. Also, ich glaube, mit sieben mal sieben sind wir dann ganz gut. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn was passiert. So. Und ich glaube, damit sind wir dann eigentlich auch im Moment... Ich muss mal abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sehr schön. So. Und dann craften wir uns noch zwei, drei Fackelchen. Da fackeln wir nicht lange. Ne? Und dann können wir nämlich unser Pferd hier rein machen. und ein, ähm... So ein Automatic Shopping Block oder so eine Presse dran machen. Dann müssen wir das nämlich endlich mehr selber machen. Und das finde ich eine super tolle Idee. Ne? Mag doch jeder. Selber nicht schuften müssen. So. Aber jetzt in erster Linie muss ich gerade mal ganz kurz gucken hier. Und... Ach, Scharkolle. Ich habe irgendwas vergessen. Leute, helft mir weiter. Wie gebe ich eine Torch? So gebe ich eine Torch. Stick, Kohle, Leather Cordage. Oder Twine. Ah, okay. Okay, das, äh... Wie gibt es das? Twine? Ach, Leute. Das ist so herrlich. Hier, Plant, Twine. Ah, okay. So, dann geht das so. Charcoal da drüber. Und... So. Okay. Damit hätten wir dann erstmal 18 Fäckelchen. Das ist... Das ist durchaus dann auch schon ganz angenehm. Und... Genau. Und dann machen wir hier nochmal... Moment, wir haben 7. 1, 2, 3, 4. Hier. So. Dann machen wir hier auch... 1, 2, 3, 4. Dann machen wir hier auch... So. Das war jetzt nicht abgezählt. 1, 2, 3, 4. Ja. So. Genau. Und dann kommt hier dieser Horse Chopping Block da rein. Aber davor brauchen wir nochmal einmal, äh... Na, sagt schon. Äh, von den Spinnen brauchen wir nochmal Spinnenseide, ne? Ansonsten funktioniert das nicht so gut. Überall schön die Fackeln dran. So. Okay. Spinnenseide. Ähm... Das kriegen wir ja jetzt erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Baked Carrot. Ja, so eine gebackene Karotte ist auch was Schönes. Mmh. Ich kann grad nix futtern. Gut. Materials and Use von Tinker's Construct. Crafting Rock. Den brauchen wir ja jetzt gar nicht mehr. Aber den machen wir da hin. Man weiß nicht, wofür man es braucht. So. Bone Meal. Bone Meal. Äh... Äh... Ich muss was ausprobieren. Bone Meal hier hin. Und die Hau da hin. So. Und, ähm... Dann... So. Und, ähm... Wir haben einen Versuch, ne? Also wenn es nicht läuft, dann war es scheiße. Wo sind denn jetzt die Seeds? Seeds! Cotton Seeds. Hm. Hm. Tada! 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 Wir nutzen jetzt mal ganz viel von dem, ähm... So. Okay. Es ist gut, dass ich dieses tote Skelett da drüben liegen habe. Denn das macht so viel mehr her. So, äh... Cotton Seeds. Die Seeds können wir natürlich da unten jetzt reinschmeißen. So. Und, äh... Und, äh... Ich brauche das Whittling Knife, ne? Okay. String, string, string. Okay. Okay. Sattel. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. So. Okay. Drei Leather Cordage. So. Und... Sattel. Bang! So. Das ist doch schön. Okay. Ein Sattel. Okay. The Wheels on the Bus. Craft the Wheel. So. Aber, was ich jetzt erstmal mache, ist... Ähm... Nachdem ich das jetzt geschafft habe, äh... Verabschiede ich mich für dieses Mal. Ich möchte mich die jetzt immer mal an diese Folgenlänge halten. Eigentlich 20 Minuten und so weiter. Wie gesagt, ich habe am Anfang ein bisschen zu viel gesprochen. Aber in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Seftec Ages. Was in Kürze erscheinen dürfte. Bis dann, euer Hijo. Tschö, tschö.